Weiter geht's mit NIMBY RAILS der letzten Folge für diese Staffel hier bei uns, bei dem deutschen Teil des Orient Express. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich speichere das Spiel jetzt direkt mal ab beim Nerd Chain Let's Play Nummer 1, damit ihr das auch direkt mit seht. Ihr seht es, es ist gespeichert. Wir werden das am Ende auch nochmal machen. Und jetzt werden wir aber erstmal unsere Signale bauen und das ist mit Sicherheit für euch der interessanteste Teil. Und da habe ich mich auch schon ein bisschen darauf vorbereitet, denn wir gucken mal, was für einen Verkehr wir hier überhaupt haben. Also laut unseren Bahnhöfen haben wir hier, wo haben wir es denn, haben wir hier Rechtsverkehr. Das heißt, rechts geht es, ich habe keine Ahnung, wie man sagt, nach oben oder so. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall Rechtsverkehr. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier das Gleis an und gehen jetzt hier auf Create New Signal. So, also einmal One Way Signal in die Richtung bitte, dahin. Und auf der anderen Seite gehen wir natürlich einmal zurück. So, hier gehen wir in die Richtung und dort gehen wir einmal zurück. Und auch hier gehen wir in die Richtung und da gehen wir einmal zurück. So, das sind erstmal unsere One Way Signale, die wir brauchen. Dann machen wir Pfadsignale und die setzen wir hier quasi hier vor, damit man auch weiß, dass es geht. Und dann in diese Richtung, einmal dahin. Dieser Kegel zeigt an, dass der Zug von hier kommt. Das könnt ihr euch wie den Scheinwerfer vorstellen. So, wenn wir hier drauf gehen, dann sagen wir bitte Only for the same Direction und wir sagen hier einmal Always, dass er quasi hier Always stoppt in dem Fall. Wir setzen erstmal die nächsten Signale und dann zeige ich euch mal, was es damit auf sich hat. Wir setzen einmal diesen Zug, weil er kann in eine Richtung fahren. Wir setzen das Gleiche für ihn bitte. Das heißt, er kann auch in eine Richtung fahren. Für ihn bitte. Und natürlich auch für ihn, oder auch in die Richtung. Und ändern wir jetzt einmal die Signale bitte. Auch hier bitte alles auf Always, damit er quasi sich alles anguckt. Ja, und nicht nur seine Richtung. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt gehen die natürlich überall hin. Das heißt, wir müssen jetzt noch, und das ist ganz wichtig, die Blocks beenden. Und das machen wir immer vor diesen Dingern, damit wir halt immer hier in die richtige Richtung fahren. Und der Punkt ist, solange wir jetzt kein Abzweig machen hier, ist es egal, ob hier noch ein Pfeil kommt, ein One-Way. Denn er kann nirgends woanders hin. Ja, es ist einfach schlicht und ergreifend nicht möglich für ihn, woanders hinzufahren. Deswegen machen wir das in diese Richtung. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Was haben wir jetzt gemacht? Das heißt, er fährt jetzt als Signal hier lang. Und nur, wenn dieser Pfad hier unterbrochen wird. Das heißt, wenn hier ein Zug kommt, dann wird das Signal rot. Und nur dann. Das heißt, wenn hier ein Zug lang fährt, obwohl der, wenn man das blockbasierend machen würde, hier drin ist im Block, würde trotzdem dieser Zug fahren. Sehr cool. Gleiches hier. Hier gibt es zwei Pfade. Er kann nach hier und nach hier fahren. Das heißt, dieser Zug kann immer fahren. Gleiches hier. Das heißt, wenn dieser Pfad unterbrochen würde, dann kann der Zug hier natürlich, also wenn der hier lang fährt und hier diesen Pfad bricht, muss der stehen bleiben logischerweise. Und der kann aber auch immer fahren. Der Vorteil ist jetzt wirklich, dass ihr nicht den gesamten Block hier zumacht, sondern immer, 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 immer nur genau diesen Pfad blockiert. Und ich muss sagen, das ist eine extrem coole Möglichkeit, hier Signale zu setzen. Und auch hier nochmal ganz klar der Hinweis, bitte, bitte, bitte nur absolut notwendige Signale setzen. In dem Spiel gibt es keine Kollision. Das ist eine reine Simulation. Das heißt, es gibt kein Auffahren oder sowas. Der Zug bremst vorher. Das würde dann durch einen Stau oder sowas natürlich gekennzeichnet. Aber es gibt in dem Sinne keine Kollision, keine Unfälle oder solche Dinge. Okay, gut. Dann sind wir hier hoffentlich komplett angeschlossen. Ja, das sieht noch gut aus. Gucken wir mal. Wir gehen da in die richtige Richtung. Das Gleiche machen wir dann also auch einmal hier vorne. So, dann gehen wir auch hier mal in die Signale. Und auch hier setzen wir unsere One-Way-Signale. Also einmal eher da rein. Eher da rein. Und eher da weiter. Eher da rein. Dort raus. Und dort raus. Dann nehmen wir uns das Signal. Und gehen einmal Fahrtsignal, einmal dort rein. Das Fahrtsignal dort rein und einmal dort rein. Und ihr seht übrigens, dass er sich gleich anpasst auf die entsprechende Richtung. Und da sagen wir auch bitte always, always und always. Und jetzt setzen wir noch den Block-Ende-Punkt. Einmal dort, dort und wieder dorthin. Und wenn wir das jetzt nochmal kontrollieren, dann sehen wir, der Pfad geht bis nach dort. Das passt. Der Pfad geht nach da und der Pfad geht nach da. Okay, wunderbar. Das sieht auch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Und dann werden wir jetzt mal anfangen, eine erste Linie zu machen, die hier rum geht. Hier diese Bahnhöfe aufnimmt. So, das heißt, die erste Linie, neue Linie erstellen. Das wird die Linie, boah. Ich würde sie erstmal erinnern für regional. Dann die Startstadt Köln. Köln, Köln, Bonn. Wir nennen es mal Köln. Na, Köln, Bonn. Hallo? Köln, Bonn passt nicht mehr. Doch, Köln, Bonn. So, Code haben wir. Grundticketpreis. Ja, ein Zehner. Preis pro Kilometer nehmen wir nicht. Wir machen hier Grundticketpreis ein Zehner für die Strecke oder ein Zehner. Ja, doch. Ich weiß nicht. Wir machen fünf. Oder, nee, zehn. Wir lassen zehn. So, Service Level, ganz wichtig. Service Level immer einstellen. Hier steht es auch, remember to set the Service Level to full to allow packs to use this line. Ansonsten geht es nämlich nicht. Einmal auf full stellen, ganz wichtig. Dann Haltestellen hinzufügen. Er wird bitte einmal da losfahren. Dann einmal, jetzt müssen wir mal schauen. Da weiterfahren. Zack. Dann fährt er da weiter. Zack. Dann fährt er einmal dahin. Zack. Und dann können wir auch noch dort einmal halten. Und wir sehen jetzt auch hier, dass er immer wirklich auf diesem Gleis fährt. Und dann fährt er hier lang, hier rein. Dann müsste er tatsächlich jetzt hier reindüsen. Da sehen wir es durch das Gleis. Und dann war es das auch schon. Diese Strecke ist fertig. Und dann kaufen wir uns einen Zug. Und dann müsste es jetzt die ganz normale RE geben. Deutsche Bahn Regionalverkehr. Sehr schön. Grundfarbe nehmen wir natürlich ein schönes Rot. Ganz klar. Und wir setzen ihn auf eine Existing Line. Das wird RE Köln Bonn. Einmal kaufen bitte. Zack. Und dann gucken wir mal, ob wir diesem Zug tatsächlich mal eine Runde folgen können. Ich bin gar nicht sicher, wo er losfährt. Da. Ist das cool? Ist das toll? Also ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Art und Weise, dieses Spiel natürlich auch für euch vielleicht fürs Zugucken ein bisschen langweilig. Aber ganz ehrlich, ich kenne kein Zugspiel, was zum Teil, also zum Teil ist es natürlich problematisch. Klar, keine Frage, weil es noch keine Höhenlinien gibt. Es gibt, also es gibt noch viel zu tun bei dem Spiel. Höhenlinien fehlen. Es fehlen vernünftige Brücken und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, das ist doch enorm geil, oder? Also wir haben jetzt Signale. Wir haben Pass, Fahrtsignale. Wir können hier unseren Zug jetzt verfolgen. Wir nehmen mal die Mitfahrkamera. Das ist so cool. Wir machen es mal ein bisschen schneller und machen mal ein Speed up und zoomen mal ein bisschen raus und lassen ihn mal jetzt einfach mal ruhig mal eine Runde mitfahren. Das ist so cool. Also ganz ehrlich, ich finde das so nice. Map Options übrigens sind auch nicht allzu stark verändert worden. Wir können hier übrigens auch die Linien anzeigen jetzt. Das ist auch sehr, sehr schick. Die Geschwindigkeiten können wir jetzt hier anzeigen auf der Linie. Das ist auch sehr schick. Und die Track Reservations, das ist nicht so interessant. Geschwindigkeiten finde ich aber jetzt auch interessant. Und übrigens können wir bei den Zügen jetzt, ich meine es war bei den Zügen, da können wir jetzt eine maximale Geschwindigkeit eingeben. Es ging irgendwo, ich bin mir nicht ganz sicher, wir können bei den Zügen oder bei der Strecke eine maximale Geschwindigkeit eingeben. Wir gehen mal kurz auf die Linie. Ich weiß, es ging irgendwo. Zustand, Buchhaltung, da geht es tatsächlich nicht. Ich schaue das nochmal nach. Ah, hier unten, da. Cruise Speed 109. Okay, also Cruise Speed 144. Und da könnten wir jetzt im Prinzip sagen, wir setzen jetzt hier eine maximale Geschwindigkeit. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen die Möglichkeit im Prinzip so Streckengeschwindigkeiten zu begrenzen, dass wir sagen, hey, ist mir egal, du fährst mit maximal 100 durch die Gegend. Völlig egal, wie viel du kannst. Okay, und jetzt nimmt er hier unseren Abzweig. Ah, ist das nice. Ist das cool. Sehr schön. Bitte weiter folgen. Jetzt machen wir diese Gleissignale mal aus. So, ah, herrlich. Unter der Autobahn durch. Jetzt gucken wir, was wir noch haben. Company und Accounting. Da seht ihr, das läuft nicht sehr gut. Wir haben insgesamt bisher 4 Milliarden ausgegeben. Und das ist nicht viel, Leute. Wenn man sich mal überlegt, was diese ganzen Strecken gekostet haben, diese Neubaustrecken kosten ja teilweise 3, 4 Milliarden, dann sind wir hier mit dem Geld, was wir ausgegeben haben, nicht schlecht dran. Das muss man ganz klar sagen. Und wir haben eine Strecke, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke gebaut, von Brüssel nach Passau für 4 Milliarden. Das ist nicht schlecht. Also das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich nicht schlecht. So, hier steigen wie viel? 59 Leute. Wow. Das lohnt sich. Da können wir sogar gleich noch ein paar Züge draufsetzen. Mods habt ihr gesehen. Da habe ich ein paar installiert. Und ansonsten ist das schon ein ganz, ganz schickes Game. Ja, wirklich. Wir setzen tatsächlich, komm, wir kaufen nochmal 2, 3 Züge. Da fallen ja anscheinend echt ein paar mit. Ja, also wir gehen nochmal hier rein, neue Züge kaufen und setzen wir gleich mit da drauf auf Köln-Bonn. Zack. Und dann schauen wir mal, wo du lang fährst. Du fährst jetzt da hinten, da hinten los. Und jetzt sehen wir, das haben wir schon 2 Züge hier auf unserer Strecke. Ist das cool? Nice, oder? Sehr schön. Aber, das ist natürlich noch nicht alles, Leute. Wir wollen natürlich jetzt auch den ersten Teil unseres Orient Express in Betrieb nehmen. Ja, ganz klar. Wir wollen natürlich jetzt auch einen Zug sehen, der von Brüssel losfährt. Und wenn wir nicht alles falsch gemacht haben, dann sollte das auch klappen. Jetzt machen wir eine neue Linie. Und die nennen wir OE für Orient Express. Brüssel aktuell nach Passau. Ja, Service Level ganz wichtig. Denkt dran, Full. Empty Trains, weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Aber Full ist immer in dem Fall am besten. Default Timings, wie gesagt, ihr könnt ihr alles umstellen. Das ist mittlerweile, das ist nicht mehr so, ich nenne es mal etwas buggy, wie die erste Version. Da hat sich echt was getan. Wir bleiben mal hier vorne. Und, oh Gott, was haben sie denn hier gemacht? Wie, irgendwelche Probleme? Nee. Also. Ach so, ach, das sind die. Nee, das sind die Wegpunkte. Nein, nein, wir wollen natürlich hier bleiben. Wir fahren einmal da los. Fahren nach Köln, Hauptbahnhof. Einmal da weiter. So. Da sind hier, ich weiß gar nicht, steht hier irgendwie die Kilometeranzahl. 600 Kilometer bisher. Dann wollen wir hier nirgendwo halten. Von dort aus gehen wir weiter Richtung Frankfurt am Main. Dahin. Das sind jetzt 1100 Kilometer. Von dort gehen wir Richtung Nürnberg, Hauptbahnhof. Dahin. Dativ Gärten C. Oh Gott, das müssen wir noch umbenennen. Das geht ja gar nicht. Und dann, Moment, wir haben noch Regensburg angeschlossen. Interessanterweise ist, also ich muss sagen, Regensburg anschließen ist super. Wir haben einfach ganz stumpf alles getunnelt. Wir gehen einmal kurz davor raus und dann gehen wir wieder in den Tunnel rein. Interessanterweise hat man in Regensburg, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, einige Straßen umgebaut. Und die haben die wirklich komplett untertunnelt. Also die haben hier echt was getan. Hier, ich glaube, auch das Stückchen ist, also hier gibt es viele Tunnel. Also muss man wirklich sagen, das ist, also so ein langer Tunnel ist durchaus unrealistisch. Aber Tunnel an sich sind nicht unrealistisch. Das muss man ganz klar sagen. 700. Wow. Okay, jetzt müssen wir erstmal weitermachen hier mit unserer Strecke. Wir wollen jetzt natürlich noch nach Passau. Einmal dann wieder zurück, bitte. Fahrt kann nicht gefunden werden. Ah, schau einer, guck. Da haben wir schon ein Problem. Dativ Gärten in Nürnberg. Ja, wir wollten jetzt, glaube ich, hatten wir das vergessen hier anzugeben in Regensburg? Ah, ja, 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 ja. Okay, alles klar. Ja, alles klar. Alles klar, alles klar. Da haben wir schon einen Fehler gefunden. Seht ihr, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Nicht neu bauen. Himmelarschen ziehen. Nein. Den da möchte ich haben. Einmal bitte. Ja, das können wir nur wegreißen, ne? Okay. Einmal das Gleis entfernen. Dann setzen wir hier tatsächlich ein neues hin von dort da ran. Ja. Bitte wähle die Gleisstationen oder Depots aus, um fortzufahren. Äh. Wie, was soll ich auswählen? Hat's doch gebaut. Okay. Äh. Warum auch immer. Ja. Warum ich auch immer was auswählen sollte. Jetzt wählen wir die neueste Station aus. Da. Und jetzt hoffentlich klappt das hier runter. Einmal dahin. Und es klappt immer noch nicht. Das heißt, da gibt's immer noch ein Problem. Sehr spannend. Also, bis dahin kommen wir schon mal. Das sind hier jetzt 2000 Kilometer. Ähm. Das ist jetzt spannend. So. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwo noch einen Fehler haben. Also, hier in dem Bereich scheint noch irgendein Problem zu herrschen. Aber er ist angeschlossen. Oder ist das nur optisch, dass er angeschlossen ist? Ne. Sollte so nicht sein. Wir gehen mal die ganze Strecke ab. Da ist es auch angeschlossen. Da auch. Da haben wir auch alles. Da ist es auch dran. Im Tunnel gibt's da keine Probleme. Da ist auch alles dran. Da auch. Das sieht auch gut aus. Da. Wenn überhaupt, dann wäre das ja nur hier vorne irgendwo in Nürnberg. Ah ja. Okay. Da ist es. Okay. Da sind wir auch nicht angeschlossen. Was ein Schmarrn. Was haben wir denn da gebaut? Leute, Leute, Leute. So. Und den können wir natürlich jetzt. Ah, wir könnten jetzt natürlich von hier aus gucken, dass wir da rangehen. 37 kmh. Ja, komm. Das machen wir so. Das lassen wir so. Und dann gucken wir mal, dass der Zug in diesem wunderbaren, in dieser wunderbaren Schleife jetzt einmal da hinfährt. Und jawoll. 2.350 Kilometer. Und da haben wir es doch. Sehr gut. Und das wird bitte natürlich, bitte einmal 100 kosten. 100 Dollar. Wenn das denn klappt. Und da wählen wir uns jetzt. Jetzt gucken wir uns mal die Züge an. DB. 330 kmh. 1000 Kilowatt. Jetzt würde ich aber gerne mal den Eurostar. 6600. Ich würde sagen, wir nehmen den Eurostar. Maximale Fahrgäste 0. Hm. 60. Okay. Wir nehmen den Eurostar. Den machen wir tatsächlich auch schön klassisch natürlich in Rot. Schicken den auf den Orient Express Brüssel Passau. 8 Millionen kostet das Ganze. Wir schicken gleich 4 Züge darauf. Zack. Kauf bestätigen. Und. Den ersten. Die erste Ausfahrt. Hier aus Brüssel. Wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und. Wie bitte? Wie viel fahren wir damit? Warte mal. Verhäppelt er mich? 166. Sind ja gerade 166 Gäste eingestiegen. Für 100? Okay. Das ist ja der Hammer. Vielleicht sind wir da wirklich nicht schnell genug. Und das werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal nicht nehmen lassen. Jetzt einmal mit unserem Zug hier langzufahren. Wir gucken mal auf die Buchhaltung. Er verliert im Moment noch massiv Geld. Also wir müssen wahrscheinlich echt die Preise erhöhen. Ich würde wahrscheinlich sogar echten Preis pro Kilometer machen. Der ist wahrscheinlich echt zu günstig hier. Kommt, wir machen das mal. Grundticketpreis machen wir mal runter auf 50. Und dann machen wir Preis pro Kilometer 0,1. Vielleicht kriegen wir damit ein bisschen mehr Kosten hin. Und hier sehen wir jetzt übrigens, wie der schnellere Zug hier ankommt. Das ist übrigens gerade sehr interessant. Das machen wir mal ein bisschen langsamer. Und ihr seht jetzt, der kommt immer, er ist quasi hinten auf den Zug aufgeschlagen. Und er hat aber gebremst. Das heißt, hier vorne könnten wir jetzt sehr gut, fahren die anderen jetzt eigentlich auch los. 300 Leute. Wow. Okay, hier müssten wir jetzt wahrscheinlich ein paar Blocks setzen. Das würde ich tatsächlich jetzt mal sogar mal setzen, dass die Züge jetzt mal losfahren können. Ansonsten hätten wir jetzt wahrscheinlich echt Probleme. Das heißt, wir gehen hier mal hin. Create new signals. Und sagen jetzt hier mal ganz einfache, simple Blocks. Und sagen, wir setzen einen tatsächlich mal in die Richtung. Dann setzen wir einen Block in die Richtung. So. Da müsste er tatsächlich jetzt auch schon losfahren. Theoretisch. Sollte er jetzt losfahren. So, normalerweise sollte dieser Block jetzt hier. Ah, okay. Ja, aber jetzt größer als 20 kmh. Okay, gut. Ja, also die Blocks müssten wir dann tatsächlich. Kleiner machen. Das Problem ist wirklich, dass wir hier, dass wir hier diese, die, diese Blocks nicht haben. Da würde ich mir jetzt irgendwie so ein automatisches Blocksignal wünschen. Wollte das jetzt hier passen? Wir können ja auch auf die andere Seite. Wir können das Signal mal machen. 20 kmh. Toggle Direction. Einmal Flip. Ja, er wartet jetzt so lange, weil wir Simple Block Platform. Ähm, ähm, ja. Ja, das ist schade. Normalerweise, also ich bin mir nicht ganz sicher, das ist jetzt der Block hier. So, der Block ist jetzt eigentlich dicht bis nach da. Jetzt können wir gucken, dass wir da tatsächlich einen nächsten Block hinsetzen. Gucken, ob wir das, ob wir das hinkriegen. So, einmal da hin. Jetzt wäre tatsächlich meine Erwartung, dass er hier losfährt. Group by Next Step. Zeige alles. Nach Ziele gruppieren. Da sind jetzt halt eine Menge drin. Und ich verstehe tatsächlich nicht, warum er jetzt nicht losfährt. Er müsste eigentlich, also er müsste eigentlich hier raufkommen. Das ist auch größer 20 km. Okay. Also da gibt es auch wieder irgendein Problem. Ähm, wie gesagt, bei den Blocks gibt es eine maximale Reichweite. von 10 km. Und der bleibt jetzt hier ganz klar stehen, weil natürlich der nächste Zug hier, der nächste Zug noch unterwegs ist. Äh, warum auch immer. Denn bei den Zügen klappt es. Das ist nämlich das Experiment, was ich mehrfach schon gemacht habe. Hm, vielleicht müssten wir... Obwohl, der gilt ja auch als Block, ne? Hm. Also das verstehe ich tatsächlich nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist denn unser anderer Zug? Der ist hier hinten auf dem Weg nach Frankfurt am Main. Ich habe mittlerweile, boah, 320 Leute dabei. Wahnsinn. Das ist schon, das ist schon krass. Wie sieht es denn bei der Buchhaltung aus? Wir sind bei 3.400 Fahrgästen. Wir sind aber noch bei minus 4 Millionen. Fahrscheinverkauf 100.000. Laufende Kosten. Also wir sind zumindestens beim, bei den Fahrscheinverkäufen, sind wir jetzt über den laufenden Kosten. Das heißt, wir sind definitiv im Plus. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine große Leistung. Dann würde man sagen, wir machen mal ein bisschen, ein bisschen schnell. Okay, das ist zu schnell. Wir werden mal sehen, ob er jetzt losfährt hier hinten. Ah, okay. Sie fahren tatsächlich. Ah, alles klar. Ihr Lieben, unsere Gleise funktionieren. Warum auch immer er gerade noch stehen geblieben ist, wahrscheinlich war es einfach nur die, die Ladezeit oder so. Denn, ähm, das ist nämlich genau mein Verständnis gewesen. Die Züge fahren los und sie halten automatisch an, bevor sie auf einen gegnerischen Zug auffahren. Und diese Blocks sind, also, sie sind insofern nicht notwendig, weil die Züge automatisch anhalten. Und die Blocks gehen auch nur bis maximal 10 Kilometer. Ja, also das ist ein schönes System. Und das kann man auch super nutzen. Und da würde ich mir tatsächlich noch wünschen, dass man noch die Möglichkeit hat zu sagen, hey, von dort bis dort automatischen Blocks unterteilen. Ähm, zack. Dass man dann wirklich eine komplette Automatikfunktion hat. Weil so müsste man ja echt die alle 10 Kilometer das durchgehen. Und das macht keinen Sinn, weil die Züge eh keine Kollision haben können. Ähm, deswegen sagt der Entwickler auch in seiner Doku, absolutes Minimum an Signalen bitte einbauen. Und wie man sieht, funktioniert es hier tatsächlich ziemlich gut. Wir können jetzt mal sogar hier vorne bei stehen bleiben. Ja, funktioniert sehr, sehr, sehr gut, ihr Lieben. Und das ist der, das ist der Orient Express. Zwei Regionalzüge, die jetzt in Köln in der Schleife fahren und vier Orient Express Züge, die jetzt von Brüssel nach Passau fahren. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir gerne noch weiter bauen. Denn wir haben ja theoretisch, theoretisch noch. Ich zeige es euch nochmal. Moment, ich muss gerade noch, muss das mal gerade vorbereiten. So, wir haben ja nämlich noch von Passau die Strecke nach Wien, nach Budapest und dann hier runter bei Belgrad, Sofia nach Konstantinopel, beziehungsweise heute Istanbul. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Überlegung wert. Und jetzt schauen wir mal ganz zum Schluss in unser Geld hinein. Wir sind bei laufende Kosten 100.000, Maintenance 4.000, Fahrscheinverkäufe 450.000. Also es läuft, wir machen Plus, wir verdienen gut. Und ich danke euch fürs Zugucken. Und wenn es euch gefällt, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, dann... Oh, da wird es gerade interessant. Fahr schneller! Los, beeil dich jetzt! Sehr cool. Also da müsste man echt mit Blogs noch arbeiten. Und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann können wir gerne noch einen zweiten Teil dieser Staffel planen. Also macht's gut, bis dahin, euer Strategiener. Ciao, ciao!